Hallo Stefan. Hi Maren. Welches Wort beschreibt dich am besten? Ehrlich, nett, immer gut drauf. Rechts- oder Linkshänder? Rechtshänder. Wo war deine Heimat-Fiale? Hier in der Geschäftsstelle Heiden, wo ich auch aktuell arbeite. Letztes Reiseziel? Ostsee. Sehr schön dort immer zu empfehlen, würde ich immer wieder hinfahren. Quitt oder Bargeld? Immer mehr quitten, aber ohne Bargeld geht's nicht. Mit wem würdest du gerne einen Tag tauschen? Hm, vielleicht mit dem Bachelor von RTL. Sport machen oder Sport gucken? Lieber machen, oft genug bleibst beim Kucken. Welches Land mit Ess fällt dir als erstes ein? Schweden. Lieferservice oder selbst kochen? Selber kochen. Was ist das dümmste Vorurteil gegen Bankhof-Leute? Dass sie spießig sind, vielleicht nicht ehrlich, zurückhaltend, aber stimmlich. Was war dein Lieblingslied auf dem letzten Schützenfest? Im Grunde genommen völlig egal. Hauptsache, man kann mitsingen, nicht schön, aber laut. Warum Sparkasse? Tolle Arbeitgeber, tolle Entwicklungsmöglichkeiten, tolles Miteinander, schöne Arbeit. Bin schon seit ein paar Jahren hier und habe mich nicht eine Sekunde bereut. Kannst du Sparkasse einmal buchstabieren? Ja, kann ich. Soll ich? Let's go. S-P-A-R-K-A-S-S-E. Ziemlich einfach. Und jetzt rückwärts? Oh. E-S-S-A-K-R-A-P-S. Traumberuf als Kind? Ich bin auf dem Hof groß geworden, war da sehr oft mit den Maschinen unterwegs, mit dem Trecker, mehr, drei Stunden, sowas in der Art. Hat mir viel Spaß gemacht. Hätte ich auch machen wollen. Wie endet dein perfekter Tag? Ein schönes Glas Wein mit meiner Frau zusammen. Danke, Stefan. Bitte machen.